Wir machen also ein schönes gemeinsames Entwicklungsprojekt. Man hat sich vorgenommen, einen Hochtechnologiestandort zu entwickeln. Das heißt, ich habe eventuell ein riesengroßes Lager, wo vielleicht noch eine oder zwei Leute drin arbeiten. Ich glaube nicht, dass die einen eigenen Plan haben. Ist das eine Revolution oder Evolution, wo Prozesse von einer ähnlichen Dimensionen sind? Angesteuert werden oder selbst steuern? Das Problem ist halt, bei uns wird auf einmal das Produkt digital. Wo wir gucken müssen, wie wir das überhaupt stemmen, was auf uns zukommt. Es geht um mehr, um bessere, letztlich um gute Arbeit.